Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es um das beste, mein bestes Reisefoto 2019, das ich also im letzten Jahr fotografiert habe. Ich gebe zu, ich schummel ein bisschen, es gibt zwei Reisefotos, die mir persönlich am besten gefallen. Und die Frage ist natürlich, warum sind das gerade diese beiden Fotos, die wir uns gleich angucken werden? Warum gefallen mir die am besten? Es wird ja gemeinhin unter Fotografen für Bilder gesagt, Bilder, richtig eindrucksvolle, tolle Fotos müssen eine Geschichte erzählen. Ich muss gestehen, ich habe mich damit immer sehr schwer getan, mit diesem Geschichten erzählen von Fotos. Es gibt Fotos, die können das, es gibt auch Situationen, da geht das. Aber das ist nicht immer möglich und trotzdem sind viele Fotos, die wirklich grandios sind. Und da meine ich jetzt gar nicht meine mit, erzählen für mich zumindest nicht zwingend eine Geschichte. Aber, und das ist die Prämisse, die ich für meine Fotos zum Maßstab mache, wenn ich mir meine Fotos angucke, wenn ich sie beurteile, welche ich aufhebe, welche ich lösche. Ein gutes Foto, Landschaftsfoto, Reisefotografiefoto, Architekturfoto, also diese Genres, die ich bediene, muss für mich das, was ich fotografiere, das Umfeld, die Landschaft, die Stadt, den Ausschnitt der Stadt, was auch immer, repräsentieren können. Das Foto muss in der Lage sein, dass sich ein Betrachter das anguckt und sagt, ja, das stelle ich mir unter Paris, das stelle ich mir unter Amalfi vor. So, da haben wir noch schon die beiden Städte zumindest, um die, oder aus denen es geht, besser gesagt, ne, aus denen es geht nicht, sondern die beiden Städte, um die, ne, was denn jetzt, die beiden Städte, in denen ich die beiden Fotos, so, in denen ich die beiden Fotos gemacht habe, um die es heute geht. Das eine Foto, das erste Foto habe ich fotografiert in Paris, letztes Jahr, sogar während unserer Fotoreise. Da hatte ich dann mal einen ganz kurzen Moment Zeit, um dann diese Aufnahme zu machen. Und die zweite Aufnahme, auch letztes Jahr entstanden, natürlich 2019 in Amalfi. Und ich fange an mit Paris. Was macht denn eine Stadt, eine Metropole letztendlich aus? Natürlich gibt es nicht nur ein Foto, das eine Metropole charakterisiert. Klar, Paris, Eiffelturm, das ist das Sinnbild für die Stadt Paris. Aber der Eiffelturm charakterisiert Paris in seiner Breite, in seinen Facetten natürlich nicht. Da gibt es also schon durchaus mehr Möglichkeiten, in Paris zu fotografieren. Und jeder von euch kennt natürlich das weltberühmte Lied New York, New York von Frank Sinatra. A city that never sleeps. New York, eine Stadt, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit du da hinkommst, da ist immer was los, da ist es immer wuselig und immer wimmelig. Und das gilt natürlich nicht nur für New York, das gilt für alle Metropolen dieser Welt. Und zu denen gehört Paris zweifelsfrei dazu. Und auch in Paris, wenn ihr schon mal in Paris wart, wisst ihr, da kannst du fast immer unterwegs sein. Da ist immer Trubel, da ist immer was los, ob das morgens ist, ob das mittags ist, ob das abends ist. Abends ganz besonders. Und die Stadt scheint nie zur Ruhe kommen zu wollen. Aber es gibt dann in Paris und ich würde mal fast sagen, in anderen Metropolen dieser Welt auch eine Tageszeit, meinetwegen auch eine Nachtzeit, zu der es dann doch einmal zumindest vergleichsweise ruhig ist, wo die Stadt vielleicht doch für einen kurzen Zeitraum mal zu schlafen scheint. Und das ist der Zeitraum um den Sonnenaufgang. Wenn die Nacht gerade zu Ende geht, aber der Tag noch nicht so richtig angebrochen ist. Das ist so für mich eine Zeit, speziell jetzt in Paris, wo Paris so richtig zur Ruhe kommt. Wo Paris mal die Zeit hat, durchzuatmen. Wo Paris so richtig frisch ist. Wo es kühl ist. Wo man eine leichte Brise durchgeht. Um einmal den ganzen Schmutz, der so in einer Großstadt über Tag entsteht, einmal so ganz kurz mal wegzuwehen. Und das ist das, was die Aufnahme, um die es heute geht, die wir uns jetzt gleich angucken, für mich absolut perfekt rüberbringt. Zumindest von den Fotos, die ich gemacht habe, das geht sicherlich noch besser. Aber von den Fotos, die ich gemacht habe, finde ich, transportiert diese Aufnahme das in besonderer Weise. Und das gucken wir uns mal an. Ich habe mal ein paar weitere Fotos rausgesucht und ihr seht, Paris ist für mich eine Stadt, die eigentlich schwarz-weiß ist. Also ich fotografiere Paris am allerliebsten in schwarz-weiß. Und witzigerweise ist die Aufnahme, um die es heute geht, dieses Panorama ist in Farbe. Das ist nicht in schwarz-weiß. Und zur Bildbearbeitung sage ich gar nicht viel, dass auch gar nicht viel passiert. Ich habe das Panorama zusammengerechnet. Ich habe noch meine schwarz-weiß-Technik angewendet. Was heißt meine? Ich habe die schwarz-weiß-Technik angewendet, die ich bei Fotos nutze, um die ein bisschen dreidimensionaler hinzubringen, um die ein bisschen kontrastreicher, knackiger zu machen. Knackiger als das mit den sonstigen Bordmitteln von Lightroom beispielsweise oder auch von Photoshop mir zumindest möglich wäre. Und was wir hier sehen, ist eine Aufnahme der Pont Neuf. Neben dem Eiffelturm sicherlich eine der architektonischen Ikonen in ganz Paris und sicherlich auch eine der meistfotografiertesten Brücken und sicherlich eine der am meistbesuchtesten Brücken in ganz Paris. Fotografiert habe ich diese Aufnahme, dieses Panorama von der gegenüberliegenden Pont des Arts, die selber auch sehr fotogen ist. Aber in dem Fall habe ich dann die Gelegenheit genutzt, die Aufnahme zu machen. Denn dieses Foto oder dieses Panorama kann man in der Form relativ selten in Paris fotografieren. Denn es braucht wirklich eine sehr klare Luft. Das war natürlich im Oktober, wenn schon die Nächte auch schon wieder kühler werden, war das auf jeden Fall gegeben. Und im Gegensatz zu dem, was ich sonst gerne auch in Paris fotografiere, nämlich hier sehr gerne mit kräftigen Wolken, war es an dem Morgen, das könnt ihr natürlich jetzt hier sehen, nahezu wolkenfrei. So ein bisschen Schleiberwölkung ist hier noch so drin, so ein paar einzelne Wolkenfetzen. Aber im Großen und Ganzen ist der Himmel sehr klar. Und ich finde, das passt auch zu dieser Stimmung, die die Aufnahme transportieren soll. Dieses Kühle, dieses Frische, fast dieses Jungfräuliche, dieses Morgendliche des herannahenden Tages, finde ich, transportiert das ganz besonders gut. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt die dicke, fette, schwere, regenbehangene Wolken hätte, wäre das natürlich eine ganz andere Stimmung. Die würde dieses Jungfräuliche, will ich fast mal sagen, fast gar nicht transportieren können. Und natürlich, diese Pont Neuf ist natürlich dann auch nochmal ganz, 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 ganz wichtiges Element. Vor allen Dingen, dadurch, dass sie eben diese Breite oder diese Längserstreckung hat, ist es natürlich eine gute Idee, das auch mal als Panorama zu fotografieren. Ich habe eine ganze Reihe Aufnahmen von der Pont Neuf an verschiedenen Stellen fotografiert, immer nur als Ausschnitte. Das, was auch wunderbar funktioniert. Aber diese Möglichkeit, die mal in dieser Form als in ihrer gesamten Längserstreckung, von dem einen Ufer zum anderen Ufer, quer über der Seen, diese Gelegenheit hatte ich in der Form bisher auch ganz selten. Und was natürlich noch hinzukommt, einmal natürlich sehen wir diesen Jungen, sehen wir den herannahenden Sonnenaufgang. Die Sonne ist dann später, etwa eine halbe Stunde später, genau hier in dem Bereich aufgegangen. Und dieses Kühle habe ich natürlich durch eine relativ kühle Lichtstimmung der Aufnahme auch beibehalten oder letztendlich verstärkt. Und dieses Kühle des Morgens können wir auch ganz gut sehen, hier an diesem ersten Schwall von, ich weiß nicht, ob es Wasserdampf ist von einem Kraftwerk oder ob es ein Schornstein ist von irgendeinem Industriegelände. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall so dieses Erste, was sich von der Stadt regt und dann diesen Dampf in die Luft pustet, der sofort kondensiert, bringt, finde ich, finde auch dieses Kühle noch in ergänzender Weise rüber. Aber als schöner Kontrast natürlich dann dieses Warmtonige, der noch angeschalteten vielen Lichter, insbesondere natürlich auch der vielen Lichter hier auf der Pont Neuf, die beidseitig der Brücke stehen, beidseitig der Straße stehen und sich dann wunderbar, wie die Brücke selbst, diese Brückenbögen, auch nochmal hier in dieser relativ ruhigen Seine an dem Morgen wunderbar spiegeln. Das ist also meine, wie ich finde, beste Aufnahme von Paris des letzten Jahres 2019, weil sie einmal, weil sie etwas transportiert, was unbedingt zu Paris, zu einer Metropole wie Paris gehört, aber was man eher selten sieht, selten erlebt, nämlich, dass so eine Stadt dann doch mal für einen ganz kurzen Moment mal tief Luft holt, bevor dann der nächste Tag wieder über sie im Sinne der Brücke drüber rollen kann. Und die zweite Aufnahme, die zweite beste Reisefotoaufnahme 2019, die ich nach meiner persönlichen Einschätzung im letzten Jahr fotografiert habe, habe ich fotografiert in Amalfi. Und Amalfi ist für mich auch die schönste der Städte, die sich im Golf von Neapel an der Sorrentischen Küste aufhalten, bewegen, liegen. Ich habe einen, ich kenne natürlich nicht alle, aber ich kenne einige. Und Amalfi ist für mich eigentlich die schönste und auch wirklich fast die fotogenste. Und alle, die von euch schon mal in Amalfi waren, wissen natürlich, was für Amalfi steht. Das ist natürlich einmal der Limoncello in Verbindung mit den Zitronen, die da auch die Hänge, die Zitronenhäne, die da an den Hängen stehen. Und die Zitronen, diese schönen großen grünen Dicken, äh, grünen? Nee, ich glaube grünen sind die nicht. Die sind normalerweise gelb, die schönen großen gelben Zitronen produzieren. Und, ähm, Limoncello habe ich schon angesprochen. Und natürlich dann das leckere Zitroneneis, was man da in den Eisdielen unter anderem in Amalfi kaufen kann. Aber, wenn architektonisch etwas, was die Stadt repräsentiert, für Amalfi ganz typisch ist, und dann gibt es für mich eigentlich nur eins, und das sind die Gassen von Amalfi. Eigentlich eher das Gassengewirr. Dieses Straßen, dieses Gassenchaos, das sich so links und rechts der Hauptstraße bewegt. Sobald man eben links und rechts der Hauptstraße weggeht, geht man sofort irgendwo Treppen rauf. Und das nimmt auch gar kein Ende irgendwie. Das ist ein regelrechter Dschungel, ein regelrechtes Labyrinth. Ähm, und da kannst du auch selbst eine gute, eine gute Karte, eine gute Karte von Amalfi haben, die hilft dir überhaupt nicht weiter. Da musst du einfach sehen, wie du da klarkommst. Natürlich, die Leute, die da wohnen, die kennen genau die Wege. Aber wenn man da noch nicht so oft war, oder vielleicht sogar zum ersten Mal ist, dann tut man sich da schon relativ schwer. Ja, allerdings nicht, wenn man die Kamera dabei hat. Das ist unglaublich fotogen. Und, wie gesagt, diese Gassen sind eigentlich das charakteristische Element für Amalfi. Und deswegen ist die Aufnahme, um die es geht von Amalfi, ist natürlich eine Aufnahme, die ich fotografiert habe in den Gassen von Amalfi. Und neben den ganzen Aufnahmen, die ich da gemacht habe, auch in den Gassen von Amalfi, geht es um diese eine Aufnahme. Die ist natürlich jetzt noch in Farbe. Und während ich gerade in Amalfi eigentlich überwiegend Farbfotos gemacht habe, witzigerweise ist die Aufnahme, die ich jetzt in Amalfi gemacht habe, und die für mich die beste Aufnahme ist, ist die in Schwarz-Weiß. Also in Paris fotografiere ich überwiegend Schwarz-Weiß. Da war letztes Jahr für mich dann also die beste Aufnahme in Farbe. Und in Amalfi ist es genau umgekehrt. Da habe ich überwiegend eigentlich Farb, auch für Farbe fotografiert. Und dabei ist die Aufnahme, die mir am besten gefällt, ist die Schwarz-Weiß-Aufnahme, oder besser gesagt die Aufnahme, die ich in Schwarz-Weiß ausgeprägt habe. Ich habe das gemacht als Belichtungsreihe, hat aber im Wesentlichen damit zu tun, wäre nicht zwingend notwendig gewesen, die Aufnahme hätte gereicht. Aber ich habe die fotografiert mit meiner Lumix G9, die ich damals hatte. Und jeder, der schon mal eine Lumix G9 hatte, weiß, dass das Live-Histogramm leider sehr klein und insbesondere auch noch quadratisch ist. Und da kann man relativ schlecht beurteilen, anhand des Histogramms liege ich schon im Bereich der Überbelichtung oder im Bereich der Unterbelichtung. Und deswegen hatte ich da sicherheitshalber mal eine Belichtungsreihe angelegt. Und das waren letztendlich diese vier Aufnahmen. Und ich hatte die dann auch mal in Lightroom zu einer HDR weiterverrechnet. Die fand ich ganz gut, die hat mir ganz gut gefallen. Das war dann letztendlich diese hier. Und aus der habe ich dann diese finale Aufnahme gemacht. Machen wir die mal in ganz groß. Und diese Aufnahme repräsentiert für mich diesen Dschungel, dieses Chaos, dieses Gassengewirr in Amalfi mit einer Aufnahme nahezu perfekt. Einmal sehen wir natürlich, dass wir schön die Treppe raufgehen können. Das wird unterstützt durch die Linien, hier durch den Handlauf, den wir auf der linken Seite haben, und durch den gemauerten Handlauf, den wir auf der rechten Seite haben. Was natürlich ganz typisch ist, was man fast erwartet in solchen Städten wie Amalfi, ist dieses nicht ganz glatte Mauerwerk, oder besser gesagt, der Putz, der auch schon an vielen Ecken wieder abbröckelt, wie wir das hier zum Beispiel sehen können. Also dieses Alte, dieses schon ein bisschen, na fast runtergekommene, das erwartet man schon fast. Und das wird auch in der Aufnahme sehr gut transportiert. Und dann gehen wir mal schön die Treppe rauf und dann stehen wir da. Und dann stehen wir da und dann ist die Frage, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Gehen wir nach rechts die Gasse rein? Gehen wir vielleicht so hier ums Eck? Oder wäre es vielleicht doch die bessere Idee, dem Handlauf folgend die Gasse weiter nach oben zu gehen? Also das ist genau das, was es ausmacht. Du stehst da und wo geht es denn jetzt weiter? Links, rechts geradeaus? Oder geht es vielleicht in die nächste Sackgasse? Keiner weiß es. Und das ist etwas, was in der Aufnahme in Amalfi für mich wirklich perfekt rüberkommt. Und deswegen ist das für mich die eine Aufnahme, die Amalfi, diese Gassen von Amalfi, in einem Foto so wunderbar auf den Punkt bringt. Untertitelung des ZDF, 2020